Da haben wir auch nix. Ne, haben wir nur... Wo geht's da überhaupt noch groß hin? Da geht's noch nirgendswo. Da geht's noch... Ne, da geht's einfach nur in die Sackgasse. Und Trolli gibt's hier doch gar nicht. Das ist wie verarschen. Oder? Was gibt's hier? Was gibt's denn da? Was ist das? Einen Feldknüter, ich gibt's da. Okay, okay. Na, was ist der ein Problem jetzt? Ja, ich hab'n Feuerpfeil. Äh, das war falsch. Da würde ich hin. Hm, geil. Ja, richtig geil. Ich würde mal die Eislandser rausziehen. Nein, den wollte ich nicht treffen. Ach, scheiße. Das wurde alles richtig gut. Äh, ja, hier nimm das. Und ich nehm' mal das. Ja, natürlich. Sehr gut. Das funktioniert sehr gut. Lassen wir's weitermachen. Das ist doch nur minimal viel. Ich... Ich schade, dass nicht alles so, wie der Feuerpfeil Auto eben hat. Das muss ich ein bisschen aufpassen. Nicht, dass ich da vielleicht tatsächlich noch in irgendwas reinlaufe, wenn das ich nicht reinlaufen will, weil... spontan ein Troll gespawnt wird oder so. Ich glaub's auch nicht, aber... Man weiß es ja nicht so genau, oder? Ah, der Experte, der manchmal da war, ist ja auch nicht da. Lass man sich doch ein bisschen Mana sparen. Das ist gar kein Problem. Wir haben ja noch Gesundheit. Die wird immer weniger, weil ich den Trank getrunken habe. Aber nicht so die beste Idee. Aber was willst du machen? Ich hoffe mal, dass das nicht irgendwie erst bei 1 oder so anhält, oder... Ich hör noch irgendwas irgendwo, irgendwie, irgendwann. Sind die da unten dann? In der Tat, sie sind da unten. Und würdest du jetzt bitte das Schwert ziehen? Danke. Das ist nämlich echt scheiße, wenn ich jetzt... Ich mein, klar, ich bin sehr mächtig, auch so auf Distanz, aber... Ein bisschen Leben hätte ich gern noch über 1. Nicht, dass das jetzt wirklich auf 1 runter geht. Das glaub ich zwar nicht so ganz. Ich hoff's auch nicht. Ich müsste auch verdammt lange zurückgehen. Hm, wenn ich das nochmal kollegiert bekomme. Ich mein, das hat beim Mania bald verdoppelt, oder so, ne? Das waren es, 107, ja? Das ist, glaub ich, bald verdoppelt. Wo wahrscheinlich hätte es noch mehr gegeben, wenn man den später getrunken hat, aber... Getrunken hätte, aber... Was weiß ich denn schon? Sicher, was hätte ich Ahnung hier von dem Spiel? Noch nie gespielt. Gut, aber ich hab zwei Quests, die sagen hier in der Nähe von dem Lager gibt's... Oh, ey Trolle. Also muss da was dran sein. Muss nicht. Sollte verarschen mich die beiden Quests auch. Man weiß es wieder nicht so genau. Aufpassen, dass ich nicht noch durch den Boden falle. Schon wieder. Mal wieder. Aber ich bin erst einmal, zweimal, dreimal... Noch nicht so oft durch den Boden gefallen. Ich bin schon durch den Boden gefallen. Äh... Ich habe die Lörke erledigt. Ihr die heute. Sehr gut gemacht. Ich danke dir für deine Hilfe. Von Dank kann ich mir nichts kaufen. Na gut. Was willst du haben? Ulmenbogen. Starke heilige Giftpfeile. Was ist denn der Ulmenbogen? Nehmen wir den Ulmenbogen. Ich brauche nichts davon. Wie viel Zeit haben wir noch? Ja, ich muss erst mal schlafen gehen. Dann können wir die Trolle suchen. Habe ich auch wieder Mana. Und dann können wir... Ich weiß nicht, wie viel Schaden Mana... Äh, Mana... Magie gegen... die Trolle macht. Ich habe ewig kein Magie mehr gespielt. Bis Mittagsschlafen. Okay. Und dann... Dieser Würfel. Wieso kann ich da nur noch so wenig Punkte einspeichern? Und nicht einfach alle? Das wird die Laufzeit nochmal deutlich verkürzt. Das ist so einfach nur nervig. Ähm, wo sind die jetzt? Ah, da hinten sind sie. Okay, alles gut. Ich habe sie schon gefunden. Na, ich habe sie gefunden. Sie stehen undekorativ in der Gegend rum. Lass uns mit ihnen reden. Hey! Weißt du, wo ich auf dieser Insel Trolle finde? Du hast Glück. Oder auch Unglück. Je nachdem, ob du dich mit ihnen anlegen willst oder einfach nur bisbegehend bist. Aber ich weiß, wo es welche gibt. Wenn du das Jägerlager verlässt und dem Fluss hinauf folgst, dann kommst du irgendwann an einen Wasserfall. Am anderen Flussufer triffst du schon auf diese Ungetüme. Wie, ihr jagt die Dinger nicht? Sag mal, bist du lebensmüde? Die würden uns in der Luft zerreißen. Wenn sie einzeln dort rumstehen würden, dann könnte man sie durch flinkes Ausweichen noch schaffen. Aber so... Was für ein Feigling hier. So, was ist aber überhaupt dieser Ulmenbogen? Taugt denn der was? Ulmenbogen? 14 Geschick, zu wenig. Ich hätte einfach wieder einen Tumpenkrieger spielen sollen. Tumpenkrieger, bester Krieger. So. Ne, ich habe eine Armebrust. Ich habe Brüste an meinem Arm. Passt schon. So. Also, ich folge dem Wasserfall. Äh, nicht dem Wasserfall. Ich folge dem Fluss bis zum Wasserfall. Und da hinten ist... Oder sind Löcke. Es war nicht so ganz geplant, aber scheinbar nehme ich erst mal hier Zeug mit. Okay. Ist ja noch was, wenn wir schon da sind. Äh, nee. Ich glaube, das war es dann. Okay, dann machen wir auch die Löcker gleich noch weg. Gut, ist mein Mann, ist schon wieder halb weg. Das ist sehr gut gegen die Trolle. Wer braucht schon... Das sind noch drei Löcker. Ach, nö. Jetzt habe ich auch noch... Ach, das war jetzt ja gut. Ich wollte ja ihn nicht jetzt gleich besiegen, ne. Sondern erst später. Viel später. So, war da nicht noch einer? War das nicht? War das nicht vier? Doch, da waren vier. Dachte ich mir doch. Ja, ich kann nämlich bis vier zählen. Da guckt ihr, wie ihr schaut, ne. Da guckt ihr, wie ihr schaut, ähm. Warum ist hier überhaupt ein Baum? Ich meine... Ist hier so ungestürzt? Ich weiß nicht, was das darstellen soll. So, ich folge. Da haben wir das Gawenga. Da haben wir noch Schattenläufer. Sehr schön. Och, du musst dir hier für eine Party, sag mal. Ich kann jetzt nur leider nicht dahinter laufen, als der Schattenläufer. Weil ich habe gehofft, dass ich die alle so kille mit dem kleinen Feuersturm. Aber leider so gar nicht. Ich habe nur einen Haufen Mahler verballert. Sehr gut. Ich muss ja irgendwas nochmal machen, ne. Nein, okay. Ich muss hier, glaube ich, erst mal so ein bisschen die Scheiße wegräumen. Ja, guck mal her. Wo haben wir so die Schattenläufer da? Das ist auch... Das ist keine gute Sache, wenn der... Guck mal her, ja. So, wenn wir jetzt einfach in die Wand drücken und dann... Ja, das... Nein, nicht durch den Baum springen, du. Ich misst, wie du dummes. Ah, du dummes Mist, wie du innenlichst. Ah, guck mal wieder die Wölfe angeschüßt. Was ist denn in diesem Wald hier los, sag mal. Schau mal hier ab. Drei Wölfe sind jetzt doch nochmal ein bisschen zu viel. Die Wölfe sehen das halt anders und kommen trotzdem. 15 Mana. Äh, 19 Mana. Aber ich glaube, es kostet 15, oder 15. Kriege ich Wölfe so platt? Habe ich nicht so viele Lebenspunkte verloren, sicherlich. Aber hey. Okay, ich habe mir jetzt schon mal grob alles hier weggedäumt. Für sich diese Trolle killen muss ich erst mal auch einen halben Wald hier abholzen. Okay, gar kein Problem, nicht. Moment mal, Trolleichen. Musste ich nicht immer noch Trolleiche finden? Vielleicht geht es eben bei den Trollen. Das ergäbe Sinn. Das ergäbe tatsächlich Sinn. Mhm. Okay, aber erst mal müssen wir den anderen Scheiß da wegräumen. Ich habe gar... Was zur Hölle? Bist denn du jetzt hier? Ist der mir jetzt hinter... Hä? Da fuck. Kommt der denn jetzt her? Hat der mich verfolgt? Oder das Spiel irgendwie ganz... Keine Ahnung. Ganz komische Sache schon wieder hier. Ganz komisch. So, ähm, bin ich irgendwie schon mal durchgelaufen? Warte mal kurz. Lass mal auf die Karte gucken. Ja, ich komme da wieder auch zum Weg. Ja, 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 ja. Hier war ich auf jeden Fall schon mal. Ich weiß natürlich nicht, ob ich alles weggeräumt hatte. Ach, richtig. Da geht es vorne zu den Magiertypen, wo der Magier war. Ja, glaube ich. Vielleicht. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, so war das. So, da geht es... Auch nochmal irgendwo hin, wo ich scheinbar noch nicht war, weil ich höre noch Geräusche. Ach, der Scheiß ist alles. Alles bis auf Anschlag voll, oder was? Ja, da hinten ist... Jetzt bin ich... Ja, das ist die Brücke. Okay, da will ich aber gar nicht hin. Ich will jetzt den Schattenläufer wegräumen. Äh, das ist ein Keiler. Okay, hier holen wir das Brücke. Keiler weg. Das war einfach. Dann die Wölfe und dann können wir uns um den Schattenläufer kümmern. Dann um die Trolle. Kriegen wir noch eine solide Idee. Vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich den Schattenläufer wirklich beeindrucken. Mein letzter oder das letzte, das war kein richtiger Schattenläufer. Das war irgendwie so ein Sonderfall. Was ist hier drin? Nix. Okay, was auch immer hier war. Das war ja auch mal irgendwas und ich hab schon leergeräumt. Ähm, Schattenläufer. Da ist er ja. Guck, wir haben die Wölfe, wir haben die Skipper. Wir sollten dann soweit alles haben. Das heißt also, da brauche ich auf jeden Fall das Große. Nein, da sind noch mehr Wölfe. Ach, das gibt es noch nicht. Das kostet ja mal eine ganze Mana. Ganzes Mana geht schon wieder für die scheiß Wölfe drauf. Natürlich ist da noch mehr Scheiße. Das sind die, die ich nicht erwischt hab, ne? Jetzt sind wir wieder mal ihr Schwert. Jünger Mann. Ja, ich muss mal ein bisschen weggehen, glaube ich. Nicht, dass ich jetzt den Schattenläufer aufwecke, das wäre äußerst ungünstig. Ähm, der ist schon wach und frisst gerade an der Laicherung. Gut, dann ist er beschäftigt. Passt schon. Ich glaube, er bleibt beschäftigt. Er sieht sehr beschäftigt aus, sehr gut. Finde ich gut, dass er da beschäftigt ist. Kann ich erstmal ein Stück weggehen. Das läuft schon wieder so nicht, wie ich mir das vorstelle. Nicht so, wie ich es mir vorstelle. Keine Ahnung. Ich kann eh nicht sprechen. Deswegen rede ich bei mir jetzt gleich so wenig. Ah. Ach, das war easy. Gar kein Problem. Genau, wie ich mir das vorgestellt hab. Wunderbar. So. Trolle, ne? Äh. Wow, 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 wow. Ja, ja, ja. Ich zähle vier schon mal, auf jeden Fall. Okay. Kann man machen. Muss man nicht, kann man. Bin ich ja schon im ersten Kapitel gewesen, wahrscheinlich, ja. Ah, komm mal. Kann man sich wieder irgendwo raufstellen? In Godic 2 ging das. Im ersten Teil, glaube ich, nicht so. Aber im zweiten Teil konnte man sich da raufstellen und den kaputt schlagen, den fetten Troll. War ein bisschen tricky, man muss da aufpassen. Ich glaube, der konnte einen bestimmten Positionen treffen. Mal bei hin. Okay. Ähm. Was das ist? Gut, Mana ist wieder voll. Das ist wichtig. Sonst hab ich überhaupt keine Chance. Nahtkampf sind die Viecher halt einfach nicht zu bezwingen. Also, im regulären Nahtkampf. Wenn man sich irgendwo festglitscht, dann schon. Aber das ist ja immer der Fall. Gucken wir mal. Da gab's auch Troll. Ich bräuchte auch noch so einen Baum, der irgendwie Troll-Eich oder so heißt. Bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Äh, lass mal gucken, was du aushältst. So, Troll hier. Feuersturm. Okay. Nein, das beeindruckt ihn auch so gar nicht. Okay, das funktioniert so nicht. Ich mein, er steckt jetzt da drin, aber... Äh, ich weiß, wenn ich da hochgehe, kann ich hier dann... Kann man das so wie im Hauptspiel machen? Ähm, ich müsste zum ersten Mal hier hochkommen. Und schon bin ich oben. Nein, der kann mich hier eindeutig treffen. Okay. Ähm. Ja, ich sollte mich jetzt vielleicht nicht noch öfters treffen lassen. Mhm. Okay, er trifft mich hier oben. Warum hat er das jetzt im Hauptspiel nicht gemacht? Im regulären Spiel? Ach so, weil da irgendwie so ganz ungünstig die Statue und die Höhe war, ne? Irgendwie so war das. So, laden sie mal fertig. Sind sie wieder gecrasht? Nein? Gut. Okay, Magiebeindruckt, wieso gar nicht? Wie viel Pfeil und Scheiß habe ich überhaupt? Pfeil, Küche, 655 Pfeile und ich habe, ähm, ein Pfeil. Okay, was soll man? Und ganze 50 Bolzen. Ja, lext mich am Arsch. Okay. Wir haben keine, keine rausgegliche Dächer. Ich verstehe. Ich habe keine Chance gegen die Viecher. Was bist du? Bist du besonders großartig? Genau? Okay.